Norddeutscher Rundfunk 2021 Hoi zusammen, ich bin Oliver Lyra, der Beste vor dem ganzen Universum. Und heute lasse ich mir einen Schnauze wachsen. Das Modell Papps von Mali. Würdest du Kebab mit viel Scharf oder Ketchup? Eine französische Schnauze? Super, oder? Ein rassiger kleiner Schnauzer? Nein, nein. Oder das Modell... Zubi haben wir. Ah! Aber wieso braucht so einen attraktiven Typ für mich eine Schnauze? Ganz einfach, wegen dem Herrn Fuchs. Ah, er ist so schön. Er ist so gut angelegt. Und seine Schnauze. Das hat Judy gesagt. Sie startet eben auf Männer mit Schnauze. Darum lasse ich mir jetzt auch einen wachsen. Würde Wuchs. Das ist Bartwuchsmittgen von Mali. Ah! 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 Das Bartwuchsmittel, das du mir gegeben hast, brennt wie Chili! Das, das du meiner Schwester gegeben hast. Ein Glas Bütwüch steht drauf. Was ist da oben? Nein, ein Glas! Paps! Trieb ich will mich umbringen! Hehehe. Hier mal. Ein wichtiger Bartwuchsmittel. Boah. Aber das steckt ja grausig. Na ja. Jetzt warte aber. Okay. Boah. Äh. Nix. Boah. 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 soосcheUNG. Boah. Um Support. Wo waren Sie das? Bebeka. Nein. Aber ich habe mich finden, weil meine Schwester mal mit Mut уже gesehen hat. Tschüss!